Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar mit mir, dem DarthKyderLP. Und ja, der Hauself dahinter uns, der ist ein Apfel. Okay, tut einen Hunger auf jeden Fall, würde ich sagen. Der ist schon gut reingebissen. Ähm, ja, wir haben erst nur noch drei Power-Dinger, weshalb machen wir uns am besten noch ein paar Tränke von denen, also so ab und zu so, ne? Momentan gibt es nichts zu identifizieren. Okay, ja, wir haben nichts zu identifizieren und dann fragen wir einfach hier nochmal nach. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut, zuerst brauchen Sie etwas Mondsteinen. Mondsteinen können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Äh, Professor, ich hab noch genug. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Junge, wir haben genug, ähm, ähm, Mondsteinen. Wollen wir es? Hier haben wir es. Hier wahrscheinlich. Junge, wir haben 126 Mondsteinen. Das ist genug, Leute. Achso, warte mal, da war was bei den, ähm, bei den Aufträgen. Ähm, ja. Das haben wir doch alles schon. Beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. An der Wand und mit dem Boden. Ja, stimmt, die Wand ist ein bisschen leer, ne? Machen wir hier mal Teppiche. Aha. Nee, aber wir brauchen erstmal Bilder, weil wir machen ja erstmal die Wand. Ähm, ja. Machen wir erstmal das. Machen wir. Was ist denn da? Nee, das sieht man ja fast gar nicht, ne? Ja, machen wir hier hin. Oh, haben wir ja direkt zweimal. Dann machen wir das auch hier hin. Okay. Ähm, dann machen wir das hier hin. Und was haben wir hier? Mit dem Niffler. Ach Gott, der ist ja süß. Machen wir jetzt da hin. Dann sieht man das. Okay, und dann machen wir am besten... Nee, machen wir hier noch ein Bildchen hin. Okay, warte, dann machen wir hier noch ein Niffler. Okay, da passt überall kein Sinn. Okay, ich würde sagen, dann machen wir erstmal den Teppich. Ähm. Nee. 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 Was mit dem hier? Uh, der sieht auch Fickimicki aus. Gut, dann machen wir das so. Und das machen wir so hier. Aber wir brauchen noch ein paar Bodendekorationen. Machen wir das so. Und so. Ach, wir brauchen immer noch einen. Können wir ja hier einen hin machen. Machen wir weiter. Ja, Professor, wir machen weiter. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Ui. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Das ist eine Eule. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Okay. Ja, dann machen wir das mal. Oh, Scheiße. Haben wir aber geschafft. Ups. Richten Sie den Zauberstab auf etwas Beschworenes und verändern Sie es mit dem Änderungszauber. Ja, wir sammeln aber erstmal noch unseren... Ah, hier ist meine Maus. Okay, so. Mit dem Änderungszauber müssen wir erstmal hier... Okay, das können wir jetzt zum Beispiel theoretisch so machen. Ja, nee, das lassen wir so, würde ich sagen. Die Größe eines Gegenstandes. Okay, und wie kann ich mal das gehen? Farbe. Ah, so. Mhm. Okay, warte. Dann muss ich das noch mal... Nee, warte. Das hier bitte. Okay. Da möchte ich bitte rot haben. Sieht ja cool aus. Die glaubt, dass sie nicht wissen, dass Dick hier ist. Doch, ich weiß, dass Dick hier ist. Vielleicht schön blau. Ändere die Größe eines Gegenstandes. Ändere die Größe eines Gegenstandes. Ah, da kann man auch die Farbe ändern. Das sieht ja toll aus. Okay. Das sieht ja toll aus. Okay. Okay, dann machen wir das. Größe ändern. Und dann machen wir das so. Ändere den Stil. Ähm. Nee, das lassen wir so. Den Stil, okay. Nee, ich möchte das hier bitte. Ähm. Nee. Habe ich das so jetzt gemacht? Nö. Okay. Warte. Dann machen wir das so. Das haben Sie gut gemacht. Nun sind Sie für größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Balkon? Wo? Ach, da. Wie komme ich da hoch? Oh, schicke, schicke. Sieht eigentlich ganz geil aus. Sie könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Deak, wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Deak einmal diese Magie gezeigt. Deak denkt, Ihnen könnte das gefallen. Sprechen Sie mit Deak, wenn Sie so weit sind. Ach so, ja, ja. Ich bin bereit. Professor Weasley sagt, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Tiere. Ich möchte Tiere haben. Ähm, natürlich und erdverbundene wäre schön. Dunkle, mysteriöse. Eine kühle, monddurchflutete Atmosphäre. Ja, natürlich. Natürlich und erdverbunden. So, als würde man sich im Freien aufhalten. Ha, hervorragend. Ja, frei ist doch geil, finde ich. Ich habe irgendwas in meiner Stimme. Die ist irgendwie komisch. Hm, was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deak bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings. Egal, wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Ja. Uh, was kommt da jetzt raus? Ui, was ist da? Achso, da geht's raus. Okay. Da fliegen die Bücher raus. Ui. Ist das auch alles noch der Raum der Wünsche? Dann ist es nämlich ein sehr großer Raum der Wünsche. Oh, jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich Ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass Sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Ja, geil, würde ich sagen. Haben wir das jetzt auch? Ich würde erst mal gucken wollen. Ja, ist doch geil. Jetzt haben wir schon ein eigenes Haus hier. Einfach in Hogwarts ein neues Haus. Ui. Sieht ja schon nicht geil aus. Muss ich schon sagen. Können wir uns da angucken? Achso, nee, 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 nee. Ich würde gerne dieses Dings da hier. Ich würde es gerne weiter unten haben. So sieht das doch geil aus. Komm, wir uns sogar ein bisschen angucken. Oh, hier ist auch noch mal einer. Okay, dann haben wir das da. Perfekt. Okay, da geht's raus. Haben wir hier auch noch was? Nee, da haben wir auch nichts. Okay, hallo, Deak. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Ähm, ich möchte mal gerne das Dunkle ausprobieren. Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Als wäre ich im verbotenen Wald. Umgeben von Schatten. Hervorragend. Okay, ich möchte nur mal gucken, wie das aussieht. Ob das so wirklich auch richtig dunkel aussieht und so. Holy shit. Sieht auf jeden Fall auch geil aus. Aber... Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Ich mach's wieder zurück. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Und... Natürlich und erdverbunden. Als würde man sich im Freien befinden. Weil das gefällt mir auf jeden Fall am besten. Glaube ich. Das andere, also das Mond-Dings. Können wir uns ja dann in der nächsten... Oder in den nächsten Folgen anschauen irgendwann. Ähm, ja. Ja, ich würde sagen, wir verlassen das dann auch mal. Kann ich das nicht hier? Achso, nee. Wo kann ich verlassen? Hier kann ich verlassen. Der frisst schon wieder einen Apfel. Okay. Okay, dann würde ich sagen, verlassen wir den Astronomie-Turm. Und... Ja. Ich würde sagen, wir gehen zum... Zum Dingens hier. Zum... Ähm... Draußen. Bis zum Rasen der Flugstunden. Ja, dann gehen wir da erstmal hin. Würde ich sagen. Ähm... Wir müssen, glaube ich, zum... Ähm... Zum Quidditch-Stadion gehen. Ähm... Das müsste... Auch in der Nähe sein. Genau da ist es. Da ist es, ja. Ja. Sieht doch eigentlich ganz chillig aus, weil... Weil irgendwie können wir... Können wir hier noch nicht... Oh, wir können doch schon fliegen. Ui. Das sieht doch toll aus. Ach so. Was war das? Halten, absteigen. So, sind wir ein bisschen gefallen. Aber ich denke, das ist auch nicht so schlimm. Wo ist denn das jetzt? Hm, okay, okay. Da muss ich eben nochmal kurz hier... Ähm... Bei Aufträgen nachschauen, wo das ist. Ähm... Flugprüfung. Hier. Das müsste aber irgendwo hier in der Nähe sein. Auf jeden Fall. Das weiß ich. Ach ja, wir können ja auch einfach hinfliegen, würde ich sagen. Hui. Hallo. Das ging... Das ging... Ja, das ging schnell. Geil. Okay. So war das doch gar nicht. Du klingst eifersüchtig. Da ist wohl jemand neidisch auf mein Können auf dem Besen. Ich? Kapitänin von Slytherin? Eifersüchtig auf dich? Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Ja, mal sehen würde ich sagen. Kannst du mir mehr über diese Strecken sagen? Willst du etwa Zeit schinden? Hier ist wirklich eine Slytherin, Alter. Äh, ich bin kein Frischling. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Ja, werden wir mal sehen. Also ich werde auf jeden Fall verlieren. Da hat es auf jeden Fall recht. Wo müssen wir denn lang? Perfekt! Okay, Leute, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Okay. Ui Ja, fliegen können wir, würde ich sagen, von relativ gut. Auf jeden Fall, cool und ruhig sieg, muss ich schon sagen. Okay, zwei Minuten fünf, okay. Ja, ist auf jeden Fall gut. Ich würde auf jeden Fall irgendwann nochmal machen, falls wir irgendwann... Du hast doch geschummelt. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Das werden wir sehen, ich will deinen Respekt nicht. Jo, das werden wir sehen, ne? Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für LB Weeks. Okay, ich muss aber erst mal gucken, was wir so für Aufgaben noch haben. Beziehungsweise, okay, Flugprüfung. Professor Scharps Aufgabe. Wir müssen... Schließe die erste Hüter-Herausforderung ab. Lerne mit Sebastian. Flugprüfung. Okay. Okay, ich hab 2,5 geschafft. Mr. Weeks hört sich ja gern, wie ich mich geschlagen habe. Oh, okay. Okay. Da starten wir am besten noch mal ein Rennen. Super. Hui. 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 Ja komm, schnell auf. Perfekt. Ups, verraten wir noch. Faberhand. Ich habe ihn verpasst. Das macht echt Spaß Das macht in der Tat Spaß Das muss ich schon zugeben Schubzeller, da haben wir einen Beziehungsweise zwei haben wir leider verpasst Okay Ja, also Rennzeit haben wir es eigentlich geschafft In eine Minute 54 Aber Wir haben Strafringe bekommen Also weil wir zwei verpasst haben, aus Versehen Ähm, ja Okay Dann fliegen wir mal dahin Also noch schneller Kann ich leider nicht fliegen Okay Aber ist doch geil So weit oben zu fliegen, oder Leute? Ja gut, wenn ich jetzt hier abspringe Dann Ja Verrecken wir auf jeden Fall, würde ich sagen Sieht schon geil aus von hier oben Ach schade, hier unten ist kein Okay Landen, wieso ist hier Landen nicht möglich, Alter? Okay Okay, jetzt haben wir es aber Perfekt Dann laufen wir eben dahin Ähm Okay, ich dachte, da wäre irgendwas Ähm Ja, anscheinend doch nicht Ähm Naja Okay Auf geht's nach Hogsmeade Gut Ach so, ja Hier sind anscheinend keine Besen verfügbar Schade, dass man hier nicht rumfliegen kann Wäre wahrscheinlich lustig Ach, hier sind wir ja schon Ja Ähm Mr. Weeks Ich hab auf meinem Besen den Rekord gebrochen Unglaublich Miss Reyes muss außer sich sein Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig Und er könnte schneller sein Aber er hat sich gut geschlagen Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linkstrahl hatte Ich hab beim Abtauchen ein leises Wusch gehört Oh, danke Genau das wollte ich wissen Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen Selbst die Pessimisten müssen zugeben Dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte Ich will mehr hören Auf bald Wer hat an ihnen gezweifelt? Ich bin schon ganz gespannt Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl Sie werden erfreut sein Ich melde mich bald wieder Okay, dann Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen Okay, aber ich würde sagen, das war es auf jeden Fall mit dieser heutigen Folge Die Folge ist sowieso schon viel zu lang gegangen Ähm, ja Lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da Würde mich sehr darüber freuen Ich würde mich sehr darüber freuen Wenn ihr ein Abo da lasst Dann schaffen wir die 200 Abonnenten dieses Jahr Ähm, ja Und ciao Mit V Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020